Schon seit nachmittags um vier sitze ich hier mit dir und wir trinken alkoholische Getränke. Da stellst du mir ne Frage, dir Frauen heutzutage gern mal fragen, nämlich was ich gerade denke. Ich versenk und gelenk mein Blick in mein Getränk, denn was ich denke, nun ja, wie soll ich sagen, ist gerade sehr privat und auch ein wenig delikat. Warum musst du mich das auch jetzt gerade fragen? Denn wenn ich ehrlich bin, bin ich ehrlich hin und weg von dir völlig hingerissen. Ich steh auf dich und ganz genau aus diesem Grund würde ich dich jetzt auch ziemlich gerne küssen. Und zwar auf den Mund viel zu lange küsste ich dich nur auf die Wange. Gestatte mir, dass ich mich nicht mehr darauf beschränke. Mit meinen Lippen an den Deinen zu nippen, das ist es, was ich gerade denke. Abschuldigen? Den Duinen! Das schaff auf, eins. Die Mühle hält, wenn du möchtest. Er ist noch gut wie los. Der Du język ist am addressing� leaving. Am lieben! 순at. Ach, wenn wir zwei zusammen wären, ich glaub, ich wollte lieben gern für dich vom Himmel, jeden noch so fernstern. Ich würde tausend Dinge, die dich glücklich machen, machen, wenn wir zwei zusammen wären. In tausend allen Verdichten dichtete ich für dich Gedichte, ohne nur wieder schriebe ich dir Liebeslieder, du bist es, der ich all meine Liebe schenke. Das ist es, was ich gerade denke. Doch weil ich im Lichte deines dich auf mich gerichteten, neugierig erwartungsvollen Blicks, Das alles weder kaum noch vage, dir zu sagen vage, sage ich noch deine Frage. Och, nix. Und das ist es, was ich gerade denke. Vielen Dank.